Hallo und willkommen zu einer weiteren Review, heute hier zu Aquaman Andromeda, mal was Aktuelleres, aus dem DC Black Label. Das bedeutet natürlich, das Ganze spielt nicht in unserer Hauptkontinuität und wir verfolgen hier einen ganz eigenständigen Aquaman, der nicht Teil der Justice League ist. Ich weiß nicht mal, ob es hier eine Justice League gibt oder ob es hier auch überhaupt andere Superhelden gibt. Wird hier nicht deutlich, ich denke eher nicht, also es ist wirklich ein ganz eigenständiges Ding im Sinne eines Mystery-Horror-Comics. So weit, so interessant. Ihr wisst ja, ich bin Aquaman-Fan. Dementsprechend musste ich das spätestens nach dem Trailer von DC wirklich auch haben. Das Ganze wurde geschrieben von Rem V. Recht vielversprechend, war ein Quereinsteiger in Sachen Comics und hat bis heute auch einiges dann in Sachen Comics gerissen. Und gezeichnet wurde es von Christian Ward, der ebenfalls hier als großer Künstler betitelt wird. Davon habe ich hier in dem Band fast alles vermisst sozusagen, aber dazu später mehr. Das Cover ist sehr, sehr schön, wie man sehen kann, glänzt hier alles drauf. Das Einzige, was hier nicht glänzt, ist hier diese schwarze Kugel tatsächlich und das Wasser selbst, dieser Hintergrund. Ansonsten sogar dieser Radar, also diese Aquatelepathie-Wellen hier, die man sieht, diese Radarwellen, die glänzen auch. Aber auch der Aquaman, die Tentakel, einfach fast alles hier drauf, auch die Schrift. Nur der Hintergrund ist matt, wie gesagt. Die Rückseite ebenfalls sehr, sehr schön gestaltet, allerdings ganz matt. Wir sehen hier das Skelett von Arthur Curry. Sehr cool, farblich sehr, sehr schön tatsächlich, so wie es im Trailer auch angepriesen wurde. Und preislich liegt das Ganze bei 39 Euro. Es ist natürlich ein Hardcover-Album-Band. Und jetzt denkt man sich, okay, hier sind drei Issues von Aquaman Andromeda drin. Und das Ganze kostet fast 40 Euro. Wie kommt denn das bitte zustande? Naja, der Band ist ein bisschen dicker. Das ist wie ein Paperback im Endeffekt. Diese drei Issues sind deutlich länger, als sie jetzt normal sind. Deswegen ist das hier berechtigt oder fast berechtigt. Ich finde den Preis tatsächlich ein bisschen zu hoch dafür, für das, was es ist. Aber wir haben hier von Panini auch einen Kapitalband spendiert bekommen. Man sieht hier, sobald es dicker wird, macht hier Panini einen Kapitalband dran. Sehr löblich, war ja auch bei Superman vs. Lobo schon so. Richtig so, tatsächlich. Ich hätte hier dieses Format gar nicht gewählt für diesen Comic. Denn die Zeichnungen passen nicht wirklich zu diesem übergroßen Format. Allerdings später dazu mehr. Erst einmal sprechen wir über die Story selbst. Ich bewerte diese und erzähle euch ein bisschen was dazu. Und danach eben sprechen wir über die Zeichnungen. Und dann zeige ich euch auch, wie das Ganze in diesem Band so aussieht. Die Story selbst ist eigentlich recht simpel. Man weiß aber, was Rem V damit vorhatte. Man hat hier ein unbekanntes Objekt aus dem Weltraum, Alien-Technologie, so geht die Regierung zumindest davon aus, das auf die Erde stürzt und zwar mitten ins Meer. Es wird ein Team zusammengestellt. Die sind dann mit einem U-Boot unterwegs, die das Ganze erforschen sollen. Und diesem Team folgen wir. Wir haben hier eine interessante Team-Zusammenstellung. Verfolgen tatsächlich aber eher eine Frau, die schon mal in der Vergangenheit mit Aquaman, oder besser gesagt Arthur Curry, dem König unter dem Meer, so wird er hier genannt, zu tun hatte. Ihr Vater hatte ja immer Geschichten davon erzählt. Und Arthur Curry selber also wird hier auch als Held porträtiert. Als jemand, der den Menschen schon ganz oft geholfen hat, auch wenn er ihnen nicht geheuer war. Und auch als jemand, der Leute durchaus rettet, wenn Hilfe gebraucht wird. Also tatsächlich hält sich Rem V trotz eines Horror-Mystery-Comics daran, dass Arthur Curry ein Held ist. Das hat mir sehr gefallen. Auch was er damit gemacht hat, ist eigentlich recht solide. Es geht halt um dieses U-Boot und das meiste spielt sich auch darauf ab. Die Crew wird so ein bisschen verrückt durch dieses Objekt und dann machen die verrückte Dinge. Sie töten einander und so weiter und so fort. Ist, denke ich, an dieser Stelle kein Spoiler. Aber man erwartet das Ganze schon. Man kennt diese Art von Geschichte. Es ist jetzt nichts Neues in dem Sinne. Es hat nur einen leichten Aquaman-Twist. Dass dieses Objekt gar nicht aus dem Weltraum kommt ursprünglich. Es wurde nur dahin geballert, damit es weg von der Erde sozusagen. Ich werde jetzt an dieser Stelle nicht spoilern, was es genau ist. Falls ihr das Ganze noch selbst lesen möchtet. Aber es ist jetzt nicht so großartig, wie man denkt. Und die Erklärung von Rem V in dieser Geschichte, was es dann im Endeffekt ist, hat ein bisschen mehr mit Magie zu tun und so weiter. Und diese ganze Erklärung drumherum hat mir nicht wirklich zugesagt. Das fand ich dann doch ein bisschen affig irgendwo. Dementsprechend würde ich sagen, die Story bekommt von mir an dieser Stelle eine 5 von 10. Es ist recht durchschnittlich. Es hätte sehr, sehr gut funktionieren können, wären da nicht diese verdammten Zeichnungen. Ihr habt richtig gehört. Ich bin ja selber Artist. Ihr wisst das vielleicht, hoffentlich, mittlerweile. Und ich kann euch sagen, der Künstler, der hier so hoch angepriesen wird, auch von Panini selber tatsächlich. Ich meine, Panini übernimmt das meistens halt aus dem Englischen, was die so darüber sagen. Aber der Künstler taugt nicht wirklich viel, meiner Meinung nach. Ja, farbenfroh stimmt an manchen Stellen. Es ist aber so farbenfroh, wie ein Unterwasser-Comic eben sein kann. Man hat hier viel Blau, viel Türkis und viel Grün und so weiter. Und ansonsten ist alles wirklich undetailliert. Und es sieht alles so aus, als hätte er diesen Comic in wirklich höchstens zwei Wochen zusammengeklatscht, was extrem wenig ist für so ein dickes Buch. So wirkt das Ganze auf mich. Dementsprechend haben die Zeichnungen für mich diesen Comic kaputt gemacht. Und dementsprechend verstehe ich auch nicht, warum dieser Band ein Album-Cover braucht. Denn ja, die Zeichnungen werden hier angepriesen. Ja, es wurde auch im Trailer von DC so porträtiert. Da haben sie aber auch die schönsten drei Zeichnungen, die dieser Band so hat, genommen dafür. Und der Rest taugt halt mal einfach gar nichts, würde ich sagen. Und ja, bevor ich hier zu lange drumherum rede, gucken wir uns das Ganze doch einfach mal gemeinsam an. So, ich hoffe, ich bekomme jetzt alles gut eingefangen. Es ist ja doch ein recht großer Band hier. Und denkt daran, ihr seid jetzt mit der Kamera so ein bisschen weiter weg. Das heißt, die Zeichnungen wirken auf euch so ein bisschen detaillierter, als sie es eigentlich sind. Sie sind nicht wirklich detailliert. Also solche Shots haben sie dann im Trailer verwendet, die auch wirklich sehr, sehr schön sind. Da sage ich nichts gegen. Aber der Comic selbst sieht tatsächlich ganz anders aus. Und das seht ihr eben jetzt. Ähnlich wie bei Batman das Reptil haben wir hier die erste Seite, die noch recht gut ist. Die detailliert gezeichnet ist. Die auch so ein bisschen painterly ist. Das ist so ein bisschen gemalt dann tatsächlich und nicht nur gezeichnet. Und tatsächlich sieht der Anfang vielversprechend aus. Hat mir ganz gut gefallen. Auch diese türkisen Sprechblasen sind ganz nett. Aber hier geht es schon direkt los. Das ist so das einleitende Kapitel. Das erste Bild ist halt einfach mal dieser Radar in übergroß. Und dann haben wir hier diese komischen Gesichter, die einfach unfertig aussehen. Der Mann im Hintergrund ist ganz blurry, also ganz verschmiert und so weiter. Wir haben hier auch sehr, sehr komische Formen. Sieht halt alles sehr, sehr simpel aus. Und ja, das ist halt... Es wirkt so von Weitem vielleicht irgendwie auf euch. Aber wenn man wirklich das Ganze liest und sich das Ganze so anguckt, das ist nicht wirklich schön meiner Meinung nach. Und hat mir das Ganze auch vermisst tatsächlich. Also oft habe ich Detail vermisst. Die ersten drei Seiten sind noch ganz okay. Wir haben hier einen Wal. Das ist auch etwas, das dieser Künstler anscheinend sehr, sehr gerne macht. Der nimmt sich einfach Google-Bilder und dann packt er sie in den Comic rein. Denn das Ganze ist dann nicht gepaintet, sondern es ist halt einfach reinkopiert. Und ich sehe sowas. Das kommt ganz häufig vor. Vor allem, wenn er Schiffe darstellen muss, sieht man das Ganze. Das ist hier das besagte Objekt. Also was auch immer das ist. Eine Kugel halt mit ein paar Zacken dran. Das ist halt wirklich nur okay, würde ich sagen. Und je weiter wir im Comic voranschreiten, desto undetaillierter werden diese ganzen Zeichnungen. Also ich meine, gefällt euch sowas hier? Sind das nicht beeindruckende Panels? Denn so geht dieser Comic tatsächlich weiter. Vor allem hat mich auch gestört, dass dieser Zeichner anscheinend gar nicht Action porträtieren kann. Ähm, ja, das ist halt wirklich nicht mein Bier gewesen, was die Zeichnung angeht. Dementsprechend würde ich sagen, wenn euch diese Zeichnung zusagen, wenn ihr das gut findet, dann könntet ihr diesen Comic auch mögen. Black Manta ist übrigens auch wieder mit am Start hier, ne? Bei mir scheitert dieser Comic tatsächlich am ehesten an den Zeichnungen. Denn die Geschichte selbst gibt schon ein bisschen was her, aber ja, das ist halt dann so die Erklärung von Rem V, die ein bisschen crazy war. Ähm, ich möchte euch mal ein Schiff zeigen, denn das ist so das schönste Erlebnis mit seinen Zeichnungen. Moment, ich muss dafür eben das Ganze mal aufschlagen. Es ist ein bisschen schwer zu filmen gerade. So, ich gucke mal, ob ich es finde, denn wir haben hier zum Beispiel, da ist es ja. Wir haben hier dieses Schiff. Ich drehe mal das Ganze rum, sonst passt das hier nicht drunter. Aber dieses Schiff ist einfach nur ein Google-Bild, das er da reinkopiert hat. Dieses Schiff ist sehr schlecht aufgelöst. Er verwendet das drei bis vier Mal in diesem Comic. Es ist immer die gleiche Perspektive. Es ist immer das gleiche Schiff. Es sind unterschiedliche Größen. Dementsprechend ist das Schiff immer unterschiedlich verpixelt. Das schmeckt mir überhaupt nicht an so einem Comic. Wenn ich 40 Euro für sowas bezahle, dann möchte ich bitte auch Qualität haben. Und nicht jemanden, der ein Schiff aus Google hier reinkopiert. Es spricht nichts dagegen, wenn man etwas kopiert und overpaintet oder irgendwie sowas, dass man das Ganze einheitlich macht. Dieser Kerl hier, der kopiert einfach nur. Und das ist halt einfach, ach, dieser Typ, der ist einfach kein guter Artist. Es tut mir zwar leid, dass ich das hier so ganz offen sage, aber für mich taugt der Artist hier nichts. Deswegen sage ich, der bekommt hier eine 2 von 10 von mir. Und dann wären wir bei diesem Buch für mich bei einer 3 oder 4 von 10. Ich würde tatsächlich sagen, es ist eine 3 von 10. Ich hatte jetzt keine besonders gute Zeit mit diesem Buch und werde es auch wieder loswerden. Tatsächlich nichts für mich gewesen. Wie gesagt, aber das meiste liegt an den Zeichnungen. Die Story selbst ist schon stabil. Die ist recht durchschnittlich. Falls ihr das Ganze bereits gelesen habt, sagt mir doch bitte in den Kommentaren, wie ihr das fandet. Ich bin nach dem Trailer deutlich unter meinen Erwartungen geblieben. Und ja, dementsprechend werde ich den auch irgendwann wieder loswerden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Habt ihr Bock drauf? Habt ihr das bereits gelesen? Gerne in die Kommentare schreiben. Gebt mir auch einen Daumen nach oben, falls euch das Ganze gefallen oder geholfen hat. Und abonniert auch meinen Kanal, selbstverständlich, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und dann sehen wir uns bald schon im nächsten Video wieder. Bis dann. Und dann sehen wir uns bald wieder.